So Ach hier ist der Fluss, ne? Da hat er einfach nur so ein Becken Ach ja, ach ja Das wäre schon hier den Großteil gemacht, ey Wir wollen die noch hier haben Über 5 vor Nacht Und ein bisschen Hauptstorymission, ne? Oh Schneller durch als erwartet Wird nicht schneller Als wo ich auch das Spiel verstanden habe Sag ich mal Weil ich halt nur noch damit kämpfen müssen Um die 100% zu kriegen Ansonsten Das ist echt kein Problem mehr sein So Okay Okay Wir sind schon mal hier unter, ne? Wir sind heute mal so ich bin hier wieder für Ausdrucksweisen Ach du Scheiße jetzt die von draußen seh mich auch noch ok nach oben ups dann kann ich da eine Korte reinschicken oh du Scheiße Halt euch auf Ups ich bin hier üben geworden dass sie richtig stimmen nicht da wo ich sehe wie sie sind auf Augen auf los los hallo könnt ihr mal ruhig sein ich versuche hier was aufzunehmen ja ich erstelle dieses Audiolog für den Fall dass die wahren Aktivitäten in diesem Gebäude hier ans Licht kommen viele von uns haben wiederholt koordinierte gleichwohl verdächtige Aktivitäten bemerkt die hier Woche für Woche geschehen zwischen uns und dem Management gibt es so gut wie keine Kommunikation diese Woche bemerkte ich ein paar recht große Lieferungen die über den Kanal von Battle Bridge ins Gebäude kamen die Neugier hat mich gepackt also habe ich eins der Pakete diskret geöffnet es war voller Computer Komponenten aber niemand hatte Aufzeichnungen über kürzlich eingegangene neue waren ich untersuche weiter hoffe aber dass meine schlimmsten Befürchtungen über das was hier vorgeht nicht zutreffen Tja und sind sie eingetroffen oder nicht die schlimmsten Befürchtungen wissen wir noch nicht hä 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 ich weiß nicht ich bin doch direkt ach die geht mal lang da musst du schön noch so den brauchte ich den brauchte ich du 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 hier machen den Weg runter Simon so das den den die 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 Oh, no, next. So. Anschluss ist nur unter da noch, gell? Hm. 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 Wo soll ich? Kann ich mit dem irgendwo rein, ey? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mit dem Ding reinkommen. Oh, no, no. Schalt doch. Okay. Jungen, jungen. Natürlich wieder so einer. Kann das nicht auch anders sein, ne? Oh, jetzt bin ich hier. Toll. Und leg den auch durch. So, hier ging's nicht weiter. So. 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 Wie komme ich da ran? Wie? Wie komme ich da hin? Ich bin gerade echt überfragt Ich habe keine Ahnung was ich machen muss da hinzukommen Oh hier Oh was hier was kann man Ach lol Ach lol Ja nehmt Danke War noch ein Audio Ding Ist hier für mich Wo bin ich denn hier raus? Ich bin in den Silberraum ja Ich hätte auch gedacht ich komme da muss da hin Oh Wo wäre ich denn hier reingekommen? Ja boah boah Darf ich dann checken Okay Schöne da ist ein Diamant an mir von rein Der Schatz ist hier raus gekommen Ach da ist das Audio Junge 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 Was habe ich da für Zeit jetzt gerade verbrault Äh Da sind noch Hier ist nur einer Da sind etwa 70 Punkte noch Hey Hey Länge zum Bezirk führen Okay Was machen wir jetzt? Oder wollen wir uns auf die Raketen vorne machen? 40. Heute ist der 4. November 2023 Letzte Woche kam eine Lieferung Wie da nicht? Soll die neueste technologische Entwicklung von Solarmodulen sein Bemerkenswert ist die unfassbare Menge Energie die sie erzeugen können Ich weiß immer noch nicht so ganz welchen Zweck sie erfüllen sollen Aber ich ahne etwas Es kursieren Gerüchte über ein paar der Aktivitäten die im Gebäude vor sich gehen Aber unsere Vorgesetzten wiegeln alle Fragen ab Ich glaube nicht Was ist denn der rote Punkt denn im Gebiet? Das frage ich mich Gerade Ich kann da auch mal so eine Paketbote Aber da ist ja so am Fahnen glaube ich noch Sollte wohl passen So Ja haben wir so ein Paket Kaum pünktlich Einfach kaputt So So Ich muss mir noch eine Baustelle okay Ich muss mir noch eine Baustelle Ich muss mir noch eine Baustelle So Ich muss mir noch eine Baustelle So 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 Ich freue mich gerade, ist das echt, äh Oh Jetzt komme ich offen nicht rein Ich habe sie eben noch gesehen Na bitte her, zu mir kommen Ja, bin ich hin Ich brauche Munition Was ist das für ein Geräusch? Auf der Ebene ist es zum Scannen Ich brauche Hilfe! Wo kommst du denn hier? Was für eine Scheiße! Mortalisierende feindliche Zielperson So Kampfmodus initiiert Hm Greifefefeindliche Zielpersonen Haaaah! Ich steh völlig frei hier! Sondern, ich will mich ja auch so vertrappen, dass du mich beschützen willst Oh Ups Hallo, hier ist Johnny Wo kannst du hier hin? Da oben Oh Greife Zielperson, Zielpersonen, ersetzt sich Verhaftung! Nur zur Eindämmungsmaßnahme! Echt mal, alle Köpfe runter! Echt mal, alle Köpfe runter! Ah Junge, Junge, Junge Junge, Junge Was soll ich die Kopfhörer gönnen? Hallo, Mrs. Kelly? Hier spricht Mr. Forster, Kurator beim London Museum Ja, wir haben über die Artefakte gesprochen, die ihr Team in Finsbury gefunden hat Das Board hat entschieden und beschlossen ihr Angebot anzunehmen, die Artefakte für uns zu beschützen Im Austausch gegen eine monatliche Gebühr Ja, ähm Vielen Dank, Mrs. Kelly Wo komme ich da ran? Hm Ich will meine Technikpunkte haben Da muss ich jetzt dran kommen Ich gehe bei mir ja guck mal so eins und snücks ja ich fülle dann jetzt echt nur noch unten die die Punkte hm wär auch nur gut gewesen für das Dingens äh ich dachte auch, dass ich das Ding nicht bekomme heute ne Kiste wegkomme oder so kann ich vorstellen ich kann auch nicht da reinkommen hm mal diese Suche wahrscheinlich nicht ja und da krieg ich auch nicht kriegt auch nichts der liegt auch nur da der liegt auch nur da muss irgendwie von da kommen hm hm das Ding hier einfach nicht muss hm geht einfach nicht hm 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 ach da komm ich rein endlich endlich gefunden so jetzt kann ich hier durchkrabbeln endlich oh ja verzei mal länger wir könnten sich nicht machen können ja ja noch mal ein bisschen mit hin ja ich habe keinen Bock das nicht zu machen so also jetzt einfach weitergearbeitet wird obwohl wir alles platt gemacht haben scheinbar gut gut haben wir auch den da ja dann hinten noch dann haben wir schon wieder ein neues gebiet hier das ist auch schon ein neues gebiet ne ne doch nicht ne 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 nicht ne ok kommen wir frisch durch so hat's von auto noch schau mal nochmal du 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 juhu lösungsfixer so ne plattform wartest du aus der drohne angeflogen komm stellst du auf die drohne drauf ja Wie funktioniert der denn schon? Ich bin im Frachterlaub. Genau. So. Bitte. Bitte. So. Easy Ziel erreicht, würde ich mal sagen. So. Den, dann machen wir noch den da. Und dann bin ich ja fertig heute, glaube ich. Und beim Halperlander und den Großteil von London haben wir auf jeden Fall gut gemacht. So. Äh, ne, so weit fliege ich eindeutig nicht. Es wird jetzt viel zu lang. Ja, was du? Ja. Hoppala. Also Leute, die auf der Straße stehen. Ups. Das wollte ich natürlich nicht. So. Puh. So. Ja, ihr bremst mich heute aus. Hier gibt's auch noch mal ein Relikt. Hm. So. 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 Und dann steigen wir noch da hin. Steigen aus. So. So. Und dann steigen wir noch da hin. Steigen aus. So. Und dann steigen wir noch ein Paket. So. Und dann steigen wir noch da hin. Und dann überlege ich da jetzt weiter. Gucken wir mal ein Paket in. In den Balkan. So. Der perfekte Ort für etwas Kultur. Ähm. Nur mal Picks. Das hat man auch nicht. Das sollte Aufmerksamkeit erregen. So. Gut. Das ist auch erledigt. So. Ach jetzt. Hä? Ich dachte. Zeig mir alle Punkte. Warum ist denn jetzt da noch was aufgetaucht? Habe ich mich verarscht? Warte. Ich bin finish. Und dann sowas. So. 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 Ein zweiter Tod. Okay. Verstanden. Zwei. Achso. Hier war einfach. Wow. Zwei Tote bin ich gestorben in diesem Spiel bis jetzt. Und die sind beide. Ja. Ja. Irgendwie sowas passiert. Irgendwie sowas passiert. Ja. Ärgerlich. Ich. Nervte mich deswegen. Nervte mich deswegen. So. Schauen wir doch mal. Mal keinen Zugriff. Mal. 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 Verrπως mich. Mal. 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 Du wolltest es eigentlich nicht gemocht haben, oh gut. So, das war ein Regenarier. Ja. Hallo? Ja. 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 Es gibt ja einen Haufbruch! Bitte Scheiße! Junge, Junge, da war die Musik. Da war ja dann diese Musik einfach. Kann sich einfach nix auslösen, oder? Okay. Was? Oje, 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 oje. Sie sind sehr gehorsam, weißt du? Da geht's eigentlich nicht mehr. Aber von Menschen einfach nicht zu verlangen. Von diesem ganzen nutzlosen Haufen genießen nur Hunde mein volles Vertrauen. Ja, alle sollen also die Menschheit Hunde werden, oder was? Oh, guck mal hier. Nein! Warum? Hier werde ich auch noch nicht reinkommen. Wenn sich der Spinnenbot schon ärgert. Über die Steuerung. Da ist er. So. So. Tütütütütütütütüt. So. So. Ich habe mir das ja mal Zugriff auf alles. Dann schaue ich mal noch auf das. Okay. Wollen wir auf jeden Fall noch was? Hm. Hier verstehe ich nicht so ganz. Oder oben auf dem Dach. Mit der Drohne lang kommen. Hätte ich auch sein. Aber... Ich habe gar keinen Bock. So. Haben wir das auch erledigt? Na ja. Da unten noch ein bisschen... Ghetto. Aber egal. Scheiß drauf. So. So. Da haben wir 40. noch. Wir beschützen. Kapern. Na ja. Leichten tun. Wie möglich, Agenten das Ziel nach dem Ausschalten die Hitler zu verhelfen. Dann kann der Drohnen noch mehr sehen oder wie? Fragezeichen. Ich hab mir jetzt auch noch den ganzen Abkriegen müssen, dann müssen alle Waffen haben, also es gibt später noch mehr Waffen So haben wir jetzt alles, ich wollte ja auch nicht die Daten lesen, das wäre eigentlich immer direkt automatisch, deswegen verstehe ich nicht warum wir die nicht direkt aufgedeckt haben Hm, wenn ich hier noch was befinde... Theoretisch Library, hm, was... Theoretisch... Also hier wahrscheinlich noch einiges sein wird So, wir haben Leute rekrutiert, wir haben jede Menge... ...Bürke freigeschaltet heute Hier wäre mein nächstes Ziel Das machen wir dann das nächste Mal, würde ich sagen, sehen wir uns da wieder Also, haut da rein, tschau tschau Oh, 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 oh You don't let your feelings haunt you You don't ever get nervous, do you With all the right cards in your hand I'm breathing just to feel my body You're screaming just to say you're sorry When you don't turn out the way you planned It was more than a feeling From the floor to the ceiling I wish I knew how to tell you That I need someone to believe in Cause it hurts whenever I stop Is there another way? But it hurts even more when I'm gone You gotta let me know It hurts whenever I stop Is there another way? But it hurts even more when I'm gone You gotta let me know I'm screaming just to say you're sorry Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh It's not about the walls you're breaking It's when you stop the world keeps shaking And I don't want to be a part And then I heard it in the morning And then I saw it in the evening And then you said without a warning You need someone to believe in Cause it hurts whenever I stop Is there another way? But it hurts even more when I go You gotta let me know Yeah, it hurts whenever I stop Is there another way? But it hurts even more when I go You gotta let me know I'm screaming out I'm screaming out I'm screaming out I'm screaming out